seid gegrüßt meine lieben freund ich hoffe euch geht es gut ich hoffe ihr habt mit dem richtigen fuß aufstehen können und er kommt gut in den tag hinein damso wir hören uns heute mal damso mal an es gibt ja bereits ein track den ich über damso gemacht aber aber da ist kein ton mehr drauf deswegen wieder noch mal hochgeladen diesmal wird gecutt also könnt ihr schon mal freuen da haben so ist ein toller künstler macht gute musik ich habe damals schon mal vor ein jahr oder so gehört und dann irgendwann mal nicht aber apropos ich muss beim metri games auch mal schon ewig her dass ich den mal gehört habe wieder mal der wahrscheinlich wieder mal neue tracks da bin ich mal gespannt also erstens mal loslegen wir haben jetzt gerade mal eine halb acht oder halb neun irgendwie sowas also eine gute zeit zum aufstehen so rüßt aber es ist kein mois le montfra a toi et peut-être qu'avec lui le montfra a vous et c'est peut-être mieux c'est mes sentiments dans la macarena oh la la sabrena t'es dja trentenaire on s'en va en l'air mais j'ai qu'la vingtaine donc j'ai que ça a faire me parle pas de maria je je suis jeune m'en fout de l'avenir de ce que notre relation va devenir mais pour lui ce n'est pas le cas il a déjà un taf rappel toi bien de la suite dans les hôtels et les suites je t'invitais aux soirées vip à la télé tu regardais mes clips mais peut-être que sur moi le montfra a toi et peut-être qu'avec lui le montfra a vous et c'est peut-être mieux ainsi mes sentiments dans la macarena oh la la t'es semblant d'bien aller quand t'as démarré que t'es allé chez lui ben non j'ai rien dit pourtant je le savais que tu baisais pour t'évader après tout j't'ai là que pour dépanner mais comme tout salaud j't'ai téléphoné j't'ai récupéré puis j't'ai fait pleurer parce que j'en ai rien à foutre c'est ça la life par sent je veux plus trop qu'on s'explique peut-être qu'avec lui il le montfra a vous et c'est peut-être mieux ainsi mon coeur dans sa macarena la 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 oh 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 la la ich mach mal stopp hier es ist ein richtig mieser ich finde richtig gut kommt richtig gut in den tag rein aber was ich richtig gar eigentlich finde ist diese visualisierung so sie verbringen halt zeit mit ihrem jetzigen aber dass das herz schlägt für ein anderer richtig geil gemacht und dann am ende haut einfach ab göttlich einfach göttlich damso macht echt mega mucke es ist unnormal ja danke fürs zuschauen wir sehen uns bis zum nächsten kommt guten morgen hinein bis denn